Der offizielle Titel des Königs von Westeros lautet König der Andalen, der Rhoyna und der ersten Menschen, Herr der Siebenkönigslande und Beschützer des Reiches. Die ersten Menschen bezeichnet die erste Gruppe von Menschen, die in Westeros lebten, und die Rhoyna waren ein Volk aus Essos, das sich in Dorne ansiedelte, wie wir in einem früheren Video gesehen haben. Doch wer waren die Andalen? Die Andalen waren ein Volk, das ursprünglich in Essos lebte. Dort bewohnten sie zunächst die Axt, eine Halbinsel im Norden des Kontinents, bevor sie sich über große Teile von Nordwest-Essos ausbreiteten, weshalb die Region heutzutage Andalos genannt wird. In Andalos gediehen sie, mussten aber zunächst die Ureinwohner der Region, die sie haarige Menschen nannten, vertreiben. Schon damals folgten sie dem Glauben der Sieben, den sie später auch nach Westeros bringen sollten. Laut den Septonen lebten die Sieben zu dieser Zeit in menschlicher Gestalt in Andalos und grönten unter anderem den ersten König der Andalen, Hugor vom Hügel. Zu dieser Zeit lernten sie auch die Metallbearbeitung von den Rhoyna, mit denen sie in relativem Frieden lebten. Dies sollte ein Ende haben, als die Valyrischen Drachenherren anfingen, ihr Reich immer weiter zu vergrößern und sowohl andalische als auch rhoynische Städte eroberten. Beide Völker waren den Valyrern militärisch nicht ebenbürtig und entschlossen sich schließlich zur Flucht, doch während die Rhoyna letztendlich in Dorne landen würden, überquerten die Andalen den Ozean weiter nördlich. Etwa 6000 Jahre vor Game of Thrones landeten die ersten Andalen auf den Fingern und zogen von dort aus ins grüne Tal weiter. Die dort lebenden ersten Menschen und Kinder des Waldes wurden von ihnen größtenteils getötet und ihre Wehrholzbäume niedergeschlagen. Die Andalen waren den ersten Menschen im grünen Tal wahrscheinlich zahlenmäßig überlegen, zumindest hatten sie jedoch bessere Waffen, denn während die Waffen der ersten Menschen noch aus Bronze bestanden, kämpften die Andalen mit Eisenschwertern. Zudem war das grüne Tal zwischen vielen verschiedenen Königreichen geteilt, die ebenfalls um die Vorherrschaft kämpften. Über viele Jahre konnten die Andalen einen Großteil des grünen Tal erobern, doch auch sie waren in viele kleine Lordschaften geteilt und ihnen stellte sich immer noch ein starker Widerstand unter König Robert Royce entgegen, der viele der ersten Menschen unter sich vereint hatte. Er errang viele Siege gegen die Andalen, bevor es dem jungen Ritter Artys Arryn gelang, die Andalen-Lords zu vereinen und König Robert zu besiegen, woraufhin sich ihm die meisten ersten Menschen unterwarfen. Artys wurde als der geflügerte Ritter bekannt und wurde der Ahnherr des Hauses Arryn, das auch heute noch über das grüne Tal herrscht. Einige der Adelshäuser der ersten Menschen überdauerten ebenfalls, wie etwa Haus Royce und Haus Roth fest. Nach der Eroberung des grünen Tals zogen viele Andalen nach Westen in die Flusslande, wo sie ihre eigenen kleinen Reiche aufbauten. Viele Lords der ersten Menschen stellten sich dabei gegen sie, unter anderem Häuser Schwarzhain und Bracken, Haus Derry und Haus Tully. Die größte Hürde der Andalen war allerdings der Flusskönig Tristifer IV. Schlamm, der die Invasoren in Schlacht um Schlacht besiegte und zurückdrängte. Das Schicksal wendete sich erst, als er in der Schlacht erschlagen wurde. Sein Sohn war nicht in der Lage, die Andalen zurückzuhalten und wurde besiegt, woraufhin sich viele Häuser der ersten Menschen den Andalen unterwarfen, um zu überleben. Die einzigen Teile der Flusslande, die die Andalen nicht erobern konnten, waren das Klauenhorn, das sie später durch Hochzeiten erlangten, und die Insel der Gesichter im Götterauge, wo angeblich heute noch Kinder des Waldes leben. Weniger erfolgreich waren die Andalen in ihrer Invasion der Sturmlande. Schon kurz nach der Eroberung des Grünen Tals begannen die Andalen in den Sturmlanden zu landen und eigene Lordschaften aufzubauen. Besonders interessant ist dabei das Andalenhaus Bar-Aemon, das sich mit den ersten Menschen des Hauses Massi verbündete und zur Kontrolle über Massis Haken erlangte. Auch die Inseln Tarth und Estamont konnten die Andalen erobern, doch wann immer sie auf dem Festland landeten, wurden sie vom Sturmkönig besiegt und zurückgedrängt. Schließlich gelang ihnen die Eroberung des Zornkaps, doch sie konnten nicht weiter vorstoßen, da der Sturmkönig erfolgreich ihre verschiedenen Kriegsherren gegeneinander ausspielte. Trotzdem erlangten die Andalen langsam Kontrolle über mehr und mehr der Sturmlande, trotz der häufigen Niederlagen gegen den Sturmkönig, der sich sogar zeitweise mit den Kindern des Waldes und den Dornischen verbündete. Letztendlich schlossen die Andalen und die ersten Menschen Frieden. Die andalischen Kriegsherren wurden zur Wahrseilung des Sturmkönigs und dafür heirateten diese und viele seiner Nachkommen andalische Frauen und konvertierten schließlich zum Glauben der Sieben. Nur wenig später fielen die Andalen auch in den Westlanden ein. Horst Lannister, was auch schon damals über diese herrschte, schlug Invasionen um Invasionen zurück, arrangierte aber bald Heiratsbündnisse mit andalischen Kriegsherren, statt diese zu bekämpfen, wodurch sie im Gegensatz zu anderen Königen zu dieser Zeit nicht geschwächt wurden, sondern ihre Macht ausweiten konnten. Als König Gerold III. Lannister ohne einen männlichen Erben starb, nahm der andalische Ehemann seiner Tochter den Namen Lannister an und führte das Haus weiter. Durch die vielen Hochzeiten vermischten sich die Andalen und ersten Menschen in den Westlanden vergleichsweise schnell und friedlich. Ähnlich friedlich war auch die Ankunft der Andalen in der Weite. Sie kamen dort erst sehr spät an, nachdem sie bereits das Grüne Tal und die Flusslande erobert hatten, sowie in den Sturmlanden integriert waren, da sie anders als bei den anderen Königreichen keine Invasion von See her durchführen konnten, weil ihre Flotte den Flotten der Hohenturms und Rotweins nicht gewachsen war. Diese Zeit nutzten die Könige der Weite, um mit der Hilfe der Kinder des Waldes ihre Verteidigung zu stärken und sich auf die Invasion vorzubereiten. Als die Andalen allerdings in der Weite ankamen, wurden sie friedlich empfangen. Den Starksten der Kriegsherren wurden Ländereien gegeben und viele Lords nahmen sich andalische Bräute. Viele kleinere Häuser der Weite stammen noch heute von Hochzeiten zwischen Andalen-Kriegsherren mit ersten Menschen ab. Sogar Horst Tyrell, die heutigen Herrscher der Weite, waren ursprünglich andalische Leibwächter des Königs. Langsam konvertierte das Land zum Glauben der Sieben, bis sogar die Sternensepte in Alsace gebaut wurde und die Stadt zur Heimat des Hohen Septons wurde. Später, als andere andalische Kriegsherren versuchten, Teile der Weite zu erobern, wurden sie von diesem Bündnis von ersten Menschen und Andalen mit Leichtigkeit besiegt. Die Eiseninseln waren eine der letzten Teile von Westeros, den die Andalen eroberten. Die ersten Angriffe erfolgten mehr als 1000 Jahre nach der Invasion des Grünen Tals und nachdem die Andalen bereits den Großteil von Westeros erobert hatten. In ihren Angriffen auf die Eiseninseln machten sich die Andalen oft die Rivalitäten zwischen den verschiedenen Häusern zunutze. So zum Beispiel, als der König der Eiseninseln, Rognar II. Graueisen, von einem Bündnis der Andalen mit den Häusern Drum, Hoffart, Graufreuth und Orgwald besiegt wurde. Der neue König der Eiseninseln wurde Haras Hoffart, nachdem er eine andalische Prinzessin heiratete und den Glauben der Sieben auf den Eiseninseln tolerierte. Trotzdem konnte der Glaube nie bei den Eisenmännern Fuß fassen und selbst viele der Andalen, die auf die Eiseninseln zogen, konvertierten zum Glauben des ertrunkenen Gottes. Am wenigsten Erfolg hatten die Andalen im Norden und in Dorne. Zwar siedelten einige andalische Familien vor allem im Westen von Dorne und etablierten die Häuser Ulla, Corgill, Vaith, Allurion, Jordain und Santagar, doch der Großteil des Ostens blieb unter der Kontrolle der ersten Menschen. Lediglich dem unbedeutenden andalischen Haus Martell gelang es, einen kleinen Streifen Land an der Mündung des Grünen Lutes zu erobern. Zu dieser Zeit konnte noch niemand wissen, dass dieses Haus mit der Ankunft der Rhäuner zum mächtigsten in ganz Dorne werden würde. Im Norden jedoch hatten die Andalen gar keinen Erfolg. Mehrfach versuchten sie, an der Ostküste zu landen, wurden aber jedes Mal von den Armeen des Nordens konfrontiert, die ihre Streitigkeiten gerade lange genug beilegten, um die Invasoren zu besiegen. Einmal segelten die Nordmänner sogar in den Osten nach Andalos, um dort einen Vergeltungsschlag auszuüben. Später versuchten die Andalen auch aus dem Süden durch die Engen vorzudringen, wurden aber jedes Mal aufs Neue entweder auf dem Weg von den Pfahlbaumenschen oder spätestens beim Maidengraben von den Königen des Winters besiegt. Dadurch war der Norden die einzige Region in Westeros, die vollständig frei von andalischen Eroberungen blieb, obwohl durch Migration und Hochzeiten mit der Zeit trotzdem Andalenblut nach Norden wanderte. Alles in allem war es den Andalen gelungen, den Großteil von Westeros unter ihre Kontrolle zu bringen und zum Glauben der Sieben zu konvertieren. Trotzdem blieben viele Häuser der ersten Menschen erhalten, und in den meisten Regionen ersetzten die Andalen nicht die ersten Menschen, die sie unterworfen hatten, sondern vermischten sich mit ihnen. Selbst die mächtigsten andalischen Könige heirateten oft die Töchter der Lords der ersten Menschen, die sie besiegt hatten, um ihre Herrschaft über ihre neuen Regionen zu festigen. Später konnten die Andalen sogar im Norden Fuß fassen, als die Mänderlis aus der Weite vertrieben und im Norden aufgenommen wurden. Andalos hingegen ist heutzutage abgesehen von den freien Städten beinahe vollständig entvölkert und es leben kaum mehr Andalen in ihrer ehemaligen Heimat. Ich hoffe, ihr habt in diesem Video etwas gelernt oder es hat euch zumindest gefallen und wir würden uns sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Falls ihr weitere Themenvorschläge habt, hinterlasst diese gerne in den Kommentaren.